hallo und herzlich willkommen bei techpros im heutigen video gibt es einfach mal ein dankeschön von mir an euch alle da draußen also wir haben mittlerweile 1800 abonnenten erreicht das sagt nicht nur ich das sind wir alle zusammen seid ihr ihr macht es erst möglich dass ich hier meine videos drehe und dass es so gut bei euch ankommt gefällt mir richtig super was ich noch super finde ist dass ihr unter den kommentaren immer miteinander redet und ihr helft euch gegenseitig wenn ich mal wo nicht antworten kann und so ich finde das klasse ich sehe das alles ich versuche wirklich jeden kommentar zu lesen und wenn ich sowas sehe dass sich dann leute gegenseitig von euch helfen und euch tipps geben und so das finde ich einfach super klasse immer weiter so jungs ihr seid super und mädchen natürlich wenn welche dabei sind unter euch ein und wir sind mit dabei 1800 die 2000 sind nicht mehr weit entfernt und da gibt es ein dickes daumen hoch an euch alle da draußen und was ich noch sagen wollte ist ich mache ja immer nicht zu einem bestimmten zeitpunkt videos sondern immer wenn es etwas neues gibt zu erzählen oder wenn ich etwas neues habe zum reviewen oder unboxen damit ich euch das sehen könnt aber wie wäre es wenn ich jetzt jede woche mal einen tag festlegen und dann immer ein video kommt zum beispiel also abgesehen jetzt von unboxings und reviews ich meinte jetzt mehr news mäßig also jede woche zum beispiel sagen wir mal einen freitag oder samstag oder sonntag oder so dass jeden sonntag zum beispiel um 15 uhr oder sowas immer ein video kommt jede woche eins und damit halt immer was da ist und falls unboxings oder so anstehen dann kommen die sowieso falls ich was neues habe also mit eurer meinung mal runter in die kommentare was ihr davon hält und gibt mir mal tipps was ich machen könnte und oder vorschläge natürlich und was ich noch sagen wollte jetzt demnächst ist ja weihnachten in ein paar tagen und da wollte ich euch ein frohes fest wünschen ich war ja selber kein weihnachten aber an euch alle dies feiern frohes weihnachten frohes fest verbringt zeit mit eurer familie ist am wichtigsten fest und könnt immer noch zocken irgendwann und lasst es euch gut gehen jetzt in den ferien und habt einen guten rutsch ins neue jahr falls kein neues video mehr bis dahin kommt und das wollte einfach mal gesagt sein großes dankeschön an euch alle dass ihr diesen channel ermöglicht dass ihr es ermöglicht dass ich diese videos für euch mache und dass ihr die videos schaut und es so gut ankommt da wollte ich mich einfach mal bei euch bedanken weil ihr echt super seid wir sind eine tolle community zusammen 1800 leute ihr seid alle ein teil davon und da wollte ich mich recht herzlich bei euch nochmal bedanken wir sehen uns beim nächsten video bis dahin haut rein und ciao